Liebe Trading Community, heute eine 1-Minuten-Sculping-Strategie, die ich euch vorstellen möchte, die ich ein paar Tage getestet habe, die einfach wunderbar genial funktioniert. Ich lasse mir da immer Alarme geben, steige manuell ein, steige manuell aus, schaue mir das alles an, beziehungsweise hole mir meinen fixen Take Profit. Es gibt drei Möglichkeiten, wie man diese traden kann, beziehungsweise Profite zu nehmen, zeige ich euch alles. Bekommt auch im Detail gezeigt, wie man die Alarme einstellt, damit man die korrekten Alarme erhält. Und eben für Leute, die gern schnell mal Profite mitnehmen. Wir sprechen 1-Minuten-Chart. Da reicht es aus, dass man bei 0,5, 0,6% Marktbewegung die Profite nimmt. Ich suche mir kleine volatile Coins, in dem Fall, in meinem Fall, trade ich sehr gerne R&DR, weil der macht ganz schnell diese Prozente. Da gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich das mache, entweder mein fixen Take Profit oder ich warte einfach auf das Gegensignal, auf das Perfekte. Jetzt steige ich allerspätestens aus. Und ich werde auch gar nicht so viel mit hinein tun, ich gehe jetzt gleich in Screen Monitoring und wir schauen sich das im Detail an. Dann, bevor wir rein starten, also es geht hier um den Lux-Algo-Indikator, den Signals und Overlays. Schaut in die Videobeschreibung, da habt ihr den Link dazu. Für die, die es noch nicht haben, habt ihr den Link darin. Für die Community, die ihn schon nutzen, schaut euch diese Strategie an. Ihr werdet unglaublich glücklich sein, mit dem zu traden. Wie gehen wir vor, beziehungsweise wie gehe ich vor? Natürlich unter immer Disclaimer beachten, weil 10x, 20x-Hebel sind natürlich risikoreich. Ich sage hier, ein Minuten-Chart ist so gut, dass man sehr wenige Prozente verliert im Worst Case, weil wir sehr schnell ein Gegensignal bekommen, aber auch einen Worst Case-Store Plus setzen. Bei 10x-Hebel sage ich 1% Marktbewegung, beziehungsweise 1,1%. Ein bisschen Gebühren mit einberechnen, was ich rechne, dass ich wirklich 10% Gewinn habe auf meinem Margin, auf meinen Einsatz. Wenn ich sage, ich setze 2.000 Dollar, dass ich 200 Dollar auf diesen Gewinn habe. Bei 20x-Hebel kann ich dasselbe machen, aber ich brauche nur 0,5% mit den Gebühren 0,6% Marktbewegung, um auf denselben Profit zu kommen. Was in dem Fall richtig genial ist, weil die R&DR erreicht diese zu 70-75% nach einem Signal. Oder wenn man richtig, richtig viele oder hohe Prozente mitnehmen möchte, wir warten einfach auf ein Close-Signal. Diese Möglichkeiten gibt es. Achtet immer auf eure Risikomanagement, wenn ihr das tradet. Aber ganz simpel erklärt, die, die das Lux-Algo schon nutzen, kennen das vielleicht, ist der Smart-Trail. Durch den Smart-Trail, und ich gehe jetzt einmal rein bei den Settings, auch dass wir vielleicht hineingehen, wie sieht es aus? Lux-Algo-Signal sind Oberless, die neueste Version, hat er die Möglichkeit, dass man die Smart-Trail, die Volatility, verstellt. Ich kann sagen, hey, sei nah am Chart, gib mir schnellstmöglich Marktbewegungen mit. Oder, hey, gib mir einfach einen smootheren Chart und lass mich länger in den Trades drinnen. Ich spreche hier aber von einem Minuten-Chart, wo ich sage, ich möchte rein, raus, rein, raus. Und das funktioniert hier wirklich sehr, sehr gut. Deswegen, ich gehe jetzt einmal runter auf den Einser, der sehr nah beim Chart ist. Und setze mir hier oben auch den Smart-Trail-Filter. Das ist das erste, also diese zwei Sachen. Das dritte ist einfach noch, ich möchte die Short-Term-Signale. Das heißt, ich bekomme sehr oft Signale, habe natürlich teilweise auch Fehlsignale dabei, aber diese halten sich in den Prozenten wirklich sehr, sehr gering. Wer möchte, kann das natürlich auch umstellen und sagt, er möchte gar nicht so viele Signale, er möchte es ein bisschen smoothiger haben und weniger Signale. Aber ich bin halt der Fan, weil ich sage, 0,5 beziehungsweise 0,6 Prozent sind das, was ich möchte. Jetzt haben wir nur folgende Regeln. Eigentlich gar nicht viel Regeln. Wir gehen nur long, wenn wir auch ein Signal haben. Durch den Smart-Trail-Filter haben wir das ja. Wir bekommen nur long Signale, wenn der Smart-Trail blau ist und nur Short-Signale, wenn der Smart-Trail rot ist. Jetzt kann man natürlich sagen, normale Kerzen, das ist auch sehr gut, weil wir haben hier die tatsächlichen Preise drin. Jetzt ist Möglichkeit 1, was ich vorher gesagt habe. Man wartet 1 Prozent. 1 Prozent sind aber viel Marktbewegung. Oder man holt sich den spätestens Ausstieg. Nachdem hier, und das ist eben unser Ausstieg, ist, sobald der Smart-Trail vom Bearish auf Bullish flippt, ist das der späteste Austritt, was wir haben. Das ist mal die eine Möglichkeit. Oder, und das ist eben das, was ich vorher gesagt habe, von Einstieg, einfach 0,6 Prozent, circa 0,5, je nachdem, was euch zusagt. Nimmt man mit, schließt die Position. Und das macht man halt dann die ganze Zeit, so lange. Im Prinzip gab es hier keinen Ausstieg, sondern es gab hier dann unten diese 0,6. Sache erledigt, habe hier wieder einen Winner. Wie sieht es aus, wenn man hier hineingeht und vielleicht keinen ganzen so Winner hat? Ausstieg war eigentlich bei Break-Even. Nächstes Signal gewonnen. Ich spreche jetzt von Samstag, von einem sehr schwach, volatilen Markt. Hier haben wir das wieder erreicht, die 0,6. Und ihr müsst natürlich auch bedenken, es kommen hier natürlich Fehl-Signale. Ein bisschen Ranging-Market, der nicht ganz so toll ist. Das heißt, hier 0,12 verloren. Hier kam auch ein Short-Signal, 0,15 verloren. Auch das war kein gutes Signal, weil er geht rauf und man hat noch einmal 0,3 verloren. Das heißt, wir haben hier alles in allen 0,6 Prozent verloren. Das heißt, ein Trade, den wir gut gemacht haben, ist weg. Aber den haben wir uns mit dem nächsten zum Beispiel wieder zurückgeholt. Das sind so kleine Beispiele. Und trotz allem, und man sieht hier eigentlich ein kompletter Ranging-Market. Man sieht hier, Seitwärtsbewegung ohne Ende. Das ist natürlich nie cool, wenn man so etwas hat. Wenn man das erkennt, ist es gut. Dann weiß man, man muss sich aufpassen. Wenn man es nicht erkennt, muss man ein paar Verluste mitnehmen. Aber es gibt dann immer wieder solche Signale, wie die nächsten kommen. Ich glaube, das hier wäre sich nicht ausgegangen. Das war noch in den Ranging-Market zu weit drinnen. Aber dann kam hier das Nächste. Und wenn man weiß, man sind nach diesem Ranging-Market, hey, wir haben einen Ausbruch nach unten. Der wird auch sehr gut angezeigt, wenn das jemand nehmen möchte. Den Lux-Algo-Squeeze-Indikator-Index. Sobald nämlich hier, so wie man das sieht, der Squeeze hier nach unten verlässt. Und wir sind unter dieser 80er-Linie. Und der bleibt weiterhin am Weg nach unten. Dann braucht man aus der Position auch nicht so schnell aussteigen. In dem Fall hätte man hier dann die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel dieser Trade, dass man einfach mal 1,25, 1,20, wie auch immer. Also dass man auf jeden Fall mehr Prozent damit nimmt. Auch wie man hier sieht, das letzte Signal hier. Wunderbar gewesen. Das heißt, Trendbruch hier nach oben. Was haben wir hier gehabt? Wenn man bis zum Ausstieg wartet, oder in dem Fall hier, man kann ja hier auch ein bisschen früh aussteigen, dann hat man rund 1%, 1,3% schon mitgenommen. Das heißt, das Doppelte an den Profiten. Das sind eigentlich diese simplen Regeln, die man hier hat. Wir kommen dann auch gleich dazu. Ich muss nur die Zeichnung entfernen. Was man noch dazu nehmen kann. Wenn man jetzt sagt, hey, mir ist das zu volatil. Entweder man stellt sich den Smart Rail einfach ein bisschen um. Oder, und das ist das Zweite, was es noch gibt. Es gibt den Trendcatcher. Der ist super interessant, der Trendcatcher. Ich stelle den anderen noch aus. Ist nichts anderes, außer, dass auch der einen Trend vorhersagt. Hart leider, muss man sagen, wenn er Signale gute gibt, dann bleiben die länger drinnen. Aber er hat auch ein paar Fehlsignale. Den Trendcatcher kann man auch filtern. Ich sage hier den Trendcatcher Filter hinein. Und dann bekomme ich wirklich nur valide Signale, aber die sind halt auch viel weniger. Mir persönlich gefällt einfach der Smart Rail besser. So, jetzt stelle ich das ein. Wie stelle ich jetzt diese Alarme? Und daher ist es doch ganz kurz aufpassen, wie man da wirklich vorgeht. Jeder muss natürlich schauen, was für ihn die persönlichere Strategie ist, die einem besser gefällt. Das muss man auch sagen. Ob man jetzt 0,5% mit oder ich möchte einfach so lange Trades mitnehmen, weil genau diese bringen natürlich unglaubliche Profite oder diese bringen gute Profite, weil man lang drinnen ist. Aber ich bin halt der große Fan von 0,5 bzw. 0,6. Jetzt stellen wir den Alarm. Wie gehe ich vor mit dem Alarm erstellen? Ich gehe hier hinein zuerst zu den Settings. Ich habe Smart Rail 1. Ich habe halt alles so eingestellt, wie ich es am Anfang gesagt habe. Dann klicke ich hier bei Signal. Any Bullish als Step 1. Any Bullish Confirmation. Smart Rail ist Uptrending. Und das bleibt auch auf 1. Das heißt, jetzt bekomme ich dann jedes Mal einen Alarm. Man sieht das hier vielleicht. Hier habe ich einen blauen Punkt hier unten. Jedes Mal, wenn der Smart Rail blau ist, also Bullish und ein Signal kommt, würde mir hier ein Alarm erzeugt werden. Wie gehe ich davor? Ich gehe an Add Alert. Danach. Und diese Steps sind jetzt wirklich zu beachten. Bei Schritt 1 klickt man hier oben hinein und geht nach unten Custom Alert Condition Highlighter. Und dann geht man erst hier hinunter und nimmt Custom Alert Condition. Wichtig ist, Worn per Park los. Wir wollen das immer erst bestätigt haben. Und dann sage ich jetzt zum Beispiel Open Long. Für mich ist das ein Open Long Position. Für mich sage ich auch noch, ich möchte hier ein Trading für einen Pop-Up haben und einen Play the Sound. Das heißt, egal, was ich hier auf meinem Monitor mache. Im zweiten Monitor läuft das. Ich sehe das, bin ready, alles vorbereitet und drücke in meiner Börse auf Eröffnen. Und erstelle den Alarm dann. Dasselbe mache ich dann natürlich für Bearish. Das heißt, ich gehe hier hinein, stelle alles um auf Downtrending und eine Bearish Signal. Dann wird mir jetzt angezeigt, natürlich, und das sieht man hier, jedes Mal, wenn ein Bearishes Signal kommt, bekomme ich den Alarm und mache eigentlich nichts anderes. Ich gehe hinein, erstes anklicken, gehe auf das letzte Custom Alert Condition Highlighter, danach erst auf Custom Alert Condition, Park los. und dann schreibe ich hier Open Short und werde dann eben benachrichtigt. Und dasselbe kann ich aber jetzt machen, wenn ich sage, ich möchte, sobald der umswitcht, also ich habe hier einen roten in meiner Short Condition und ich möchte wissen, wann steige ich aller spätestens aus. Und das ist dann, wenn rot, also wenn der von Bearish auf Bullish switcht, und das kann ich mir auch einstellen. Da kann ich hier hineingehen, hier habe ich zwar den Red Trend Catcher, das ist aber egal, weil ich möchte ja eigentlich, wenn ich den jetzt anklicke, den Smart Rail, möchte ich hier Smart Rail, habe ich hier switched up oder switched down. Und das ist das, was ich einstelle. Wichtig natürlich, dass der Smart Rail hier auch so eingestellt ist, wie der du auf dem Chart eben hast. Ein Smart Rail, da sage ich, ich möchte in einer Long Position, Long Position ist er ja am Weg nach unten, sobald der jetzt aber einen Switch down hat, möchte ich benachrichtigt werden. Und das sieht dann eben so aus, das zeigt man hier, hier ist der von Bullish auf Bearish geswitcht und dann bekomme ich einen Alarm. Und dasselbe ist natürlich für den Ausschied aus einer Short Position, möchte ich, dass er Switch up hat, klicke hier OK und dann ändert sich das und jedes Mal, wenn der von Bearish auf Bullish switcht, kann ich hier eben eine Long Position, auch meine Short Position schließen. Das war auch schon die ganze Hexerei. Schaut euch das mal an, sucht euch volatile Märkte, ihr werdet sehen, dass sie eine unglaubliche Trefferquote gibt und wer sich ein bisschen mit Marktstruktur und Markttechnik auskennt, kann natürlich sagen, hey, ich habe hier jetzt, nehmt euch sowas zum Beispiel auch mit, ich sehe hier, das ist mir jetzt ganz zum Beispiel aufgefallen, wir haben hier einen eindeutigen Aufwärtstrend, wir haben eine Marktstruktur, die haben höhere Hochstiefere, höhere Tiefs, die einfach nur Liquidität abholen. Das heißt, diesen Short, diesen Short würde ich niemals eingehen, diesen Short würde ich eingehen. Warum, weshalb? Diese Short Position ist schon unter meine Support Level gewesen, das heißt, da wäre ein Durchbruch nach unten und den würde ich nehmen zum Beispiel. Zeichnet euch sowas öfter mal ein, solltet ihr zu viele Signale haben oder nehmt einfach den Smart Trail und macht den ein bisschen smoothiger, sorry, wenn euch das wirklich gefällt, aber ich bin halt wirklich einen Minuten Chart, mit dem 1er Smart Trail bin ich super glücklich, weil man sehr, sehr, sehr früh Signale bekommt. Wirklich sehr früh. Man sieht hier, hier zum Beispiel gab es keinen und man hat hier zwar nur Long Signale gehabt, aber trotzdem bin ich halt ein wirklich großer Fan von den 1er. Genau, ich sage euch vielen Dank fürs Zusehen, setzt das mal um, ich bin gespannt, teilt das in meiner Community, Telegram habe ich die Community, sagt mir, wie es euch gefällt, habt ihr Verbesserungsvorschläge und ansonsten, kommentiert ein bisschen, liked ein bisschen, pusht mein Video ein bisschen. Danke vielmals,